Sollten wir jetzt wirklich das Dienstfahrrad kaufen, stellen Sie doch mal vor, was da alles passieren kann. Herr Mayer, was machen Sie da stehend auf dem Bürodrehstuhl? Sofort runter da! Das sind natürlich Extreme, aber ein geschultes Risikobewusstsein ist der Schlüssel zu einem angemessenen betrieblichen Risikomanagement. Auf was es ankommt, das verrate ich in diesem Video. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Betriebliches Risikomanagement und Geschäftsprozessmanagement gehen oft Hand in Hand und ergänzen sich perfekt. Und daher macht es Sinn, sich einmal näher mit dem Risikomanagement zu beschäftigen, was man in dieser Playlist jetzt sehr gerne aufgreift. Wir machen also eine eigene Playlist mal zum Thema Risikomanagement, weil es wirklich wie so ein Puzzle Stück für Stück zusammenpasst mit Prozessmanagement. Und daher abonnieren Sie jetzt auch den Kanal, damit Sie keine Videos zu dem Thema mehr verpassen. Da kommen also noch ganz viele, deswegen gleich Kanal abonnieren, dann verpassen Sie die neuen Videos dazu nicht. Und sollte irgendwas aus dem Video unklar sein, dann schreiben Sie es auch in die Kommentare rein, denn wir beantworten wirklich sehr, sehr gerne Ihre Fragen jetzt auch und machen neue Videos im Rahmen dieser ganzen Reihe zum Thema Risikomanagement. Also ein ganz wesentlicher Schlüssel zu einem funktionierenden Risikomanagement ist dabei das Risikobewusstsein. Das ist also eher ein weiches Thema, hat mit Menschen zu tun, ist ein kulturelles Thema. Risikobewusstsein ist da also ganz, ganz wichtig, der erste Schritt. Und unter Risikobewusstsein versteht man da auch die Sensibilisierung für Gefahren und für bestimmte Gefährdungsobjekte. Und solche Gefährdungsobjekte können eben Personen, Tiere, Sachen, Umwelt, Vermögen, Organisationen und so weiter sein. Höhere Gewalt wie Naturkatastrophen betreffen dann meistens dann den ganzen Markt. Wir Menschen haben durch die Evolution ein unterschiedlich ausgeprägtes Gefühl für Gefährdungslagen erlernt. Und das liegt also im Wesentlichen an der Lerndauer, die wir zur Verfügung hatten, um das entsprechende Risikobewusstsein aufzubauen. Also wenn Sie daran denken, die ersten Menschen in Afrika, die noch wirklich vor vielen hunderttausend Jahren gelernt haben, aufrecht zu gehen, für die waren Risiken natürlich ganz, ganz anders, als wie wir heute Risiken einschätzen. Und diese lange Zeitdauer der Evolution hat uns eben gelehrt, bestimmte Risiken anders einzuschätzen als eben relativ neue. Zum Beispiel direkte Gefahren, also Verleib und Leben, die körperliche Unversehrtheit, das sind so ziemlich die ältesten Risiken, die der Mensch kennt. Und auch die Auswirkungen dieser Risiken waren also lange Zeit wirklich dramatisch. Ein gebrochenes Bein konnte also in der Steinzeit einem Todesurteil gleichkommen, was heutzutage einfach ganz gut behandelbar ist und meistens mit Unannehmlichkeiten verbunden ist, aber jetzt nicht wirklich Lebensgefahr bedeutet. Und für diese Gefahren haben wir auch in der Regel ein ausgeprägtes Risikobewusstsein entwickelt. Manchmal aber eben auch nicht. Weil wenn Sie jetzt dran denken, wie viele Waldarbeiter sich mit Motorsägen die Beine verletzt haben, bevor das Tragen von Schnittschutzhosen für alle zur allgemein gültigen Vorschrift wurde, dann sehen Sie, dass man bestimmte Werkzeuge zum Beispiel erst lange verwenden musste oder, naja, so lange gibt es die ja noch nicht wirklich, aber erst verwenden musste, um Erfahrungen zu machen und zu sagen, wir müssen einfach da die Menschen viel, viel besser schützen durch technische Einrichtungen. Und denkt man nun an eher abstrakte Risiken, wie zum Beispiel eine Betriebsunterbrechung in einem Zimmereibetrieb durch den Ausfall der Festplatte, auf der eben gerade die Abbundsoftware läuft, dann sinkt eben das Risikobewusstsein sehr schnell auf ein sehr niedriges Niveau. Und man ist sich der riesigen Mangelserfahrung einfach nicht bewusst. Deswegen ist das Risikobewusstsein zu entwickeln, das kann man nicht verordnen, sondern man kann es auch nicht befehlen, sondern das muss man üben und trainieren, so wie man vielleicht auch für den Sport übt und trainiert. Und weder im Privatleben noch im Handwerksbetrieb noch in einem Industrieunternehmen gibt es das, kann man das verordnen. Es gibt auch kein Risikobewusstsein eines Unternehmens, sondern Risikobewusstsein und das damit verbundene Risikomalagement ist ein Wesenszug bei uns als Menschen, als Individuen, die ein Gespür für bestimmte Gefahrenlagen einfach entwickelt haben. Und um sein Risikobewusstsein zu trainieren, sollten Sie also regelmäßig sich Zeit nehmen und hinterfragen, was könnte denn eigentlich so alles schief gehen. Und es geht hier wirklich um den Aufbau erstmal einer langen Liste von Problemen oder Schwierigkeiten, was alles irgendwie falsch laufen könnte. Gehen Sie Schritt für Schritt Ihre betrieblichen Abläufe durch, also Ihre Geschäftsprozesse und fragen Sie sich, was kann denn da eigentlich wirklich falsch laufen? Kaputt gehen oder vermurkst werden? Und übrigens auch Mitarbeiter können kaputt gehen. Das nennt sich dann eben nur krank oder gekündigt. Deswegen sind eben auch fehlende Mitarbeiterressourcen durch Krankheit oder durch Kündigung oder durch andere Gründe ausschaltenden Ruhestand. Das können durchaus relevante prozessuale Risiken sein, die Sie aufdecken sollten. Also ein reiner Fokus auf die finanziellen Risiken, wie man es aus ganz, ganz vielen Betrieben herkennt, ist kein angemessenes Risikobewusstsein. Das systematische Hinterfragen, was schief gehen könnte, ist also eine Form des Erwachsenwerdens. Man legt so ein Stück weit seine kindliche Naivität ab und reflektiert seine Situation. Man wird dadurch reifer. Und Unternehmen, die ein aktives Risikomanagement betreiben und deren Mitarbeiter vom Geschäftsführer ganz oben bis zur Aushilfe ganz unten wirklich ein geschultes Risikobewusstsein haben, die sind einfach reif und erwachsen geworden. Und solche reifen und erwachsenen Unternehmen haben es am Markt meistens leichter und werden auch deutlich mehr wertgeschätzt, zum Beispiel bei Kreditgebern, weil man eben weiß, dass die mit ihren Risiken entsprechend sorgfältig umgehen. Das hat also wirklich auch tatsächlich gute Vorteile, wenn Sie Ihrer Hausbank erklären können, dass Sie ein aktives Risikomanagement betreiben. Und wenn Ihre Mitarbeiter mahnen, den Finger heben, dann seien Sie wirklich glücklich über das Engagement Ihrer Mitarbeiter, denn das sind eben keine Bedenkenträger, sondern das sind wertvolle Tipps und Hinweise, die Sie da bekommen, die Sie auch unbedingt ernst nehmen sollten. Und um es also klar zu unterscheiden, die durch das lebendige Risikobewusstsein aufgedeckten Risiken sind noch kein Grund zum Handeln, sondern es ist einfach nur eine Bestandsaufnahme. Was gibt es denn da alles und auf was sollte ich vielleicht achten und sich überlegen, ob man handeln muss und wie man handelt, das klärt sich dann eben erst später durch die Risikobewertung. Und wenn Ihr Risikobewusstsein noch nicht sehr ausgeprägt oder trainiert ist, dann sind sogenannte Risikokataloge oder Risikofelder eine gute Möglichkeit der Ideengebung. Und so verpassen Sie eben und vergessen Sie keine wichtigen Bereiche, in denen Sie noch keine Erfahrungen haben, beziehungsweise diese auch nicht unbedingt selbst alle sammeln brauchen, weil es eben einen Erfahrungsschatz in der Branche oder eben auch in der gesamten Gesellschaft gibt. Jetzt habe ich folgende Tipps für Sie zu einem angemessenen Risikobewusstsein. Also machen Sie sich bewusst, das ist so der erste Tipp, dass einiges schiefgehen kann und vor allem auch schiefgehen wird. Wir hatten da dieses Video mit Murphy's Gesetz, schauen Sie da mal mit rein, wenn was schiefgehen kann, dann wird es auch irgendwann mal schiefgehen. Und jedes Handeln und jedes Unterlassen ist mit Risiken verbunden. Also wenn ich jetzt nur sage, ich mache jetzt nichts mehr, das ist genauso mit Risiken verbunden, wie ich tue hier was. Also ein Risiko ist per se nicht positiv oder negativ, sondern ein Risiko ist einfach nur eine Abweichung von einem Zustand, von einem gewissen Erwartungswert. Das kann positiv sein, dann nehmen wir es Chance oder es kann eben negativ sein, dann ist es eben tatsächlich auch ein Risiko, eine Schwäche. Versuchen Sie sich die Zeiten zu nehmen, in denen Sie die Risiken hinterfragen und fragen Sie vor allem auch Ihre Mitarbeiter. Und schreiben Sie also alle gefundenen Punkte auf und bilden Sie also Kategorien, zum Beispiel gesundheitliche Risiken, finanzielle Risiken, organisatorische Risiken etc. Und wenn Ihnen das jetzt geholfen hat, dann freue ich mich sehr über einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.